So, Rafim. Hier seht ihr diesen Körper. Quasi fast humanoid. Beachtet die Schuppen und die Kiemen an der Seite. Die Kiemen beißen eine bläulich-weißliche Färbung auf. Soweit scheint das okay zu sein. Was? Was meint ihr damit? Sie sind zerstückelt. Achso, ich dachte, der Kopf ist zumindest noch in Ordnung. Natürlich könnt ihr jetzt anatomische Kenntnisse der Rissow studieren, aber seht doch hier, sie sind zerteilt. Ich meine, sicherlich große Scheren oder so, dass die die Zerbisten haben, ihre Knochen sind gebrochen. Schön, dass ihr euch jetzt für die Kiemen interessiert. Was ist mit euch, Kapitän? Man kann niemals auslernen. Nun schauen wir uns einmal die Wunden an. Die größte. Mal so ein Maßstab. Schätzungsweise 40 cm lange Klaus, Schere. Sehr scharf. Mit großer Kraft ist dieser Knochen gebrochen worden. Sehr scharf kann ich der Rand am Knochen. Man beachte. Nun, was erkennt ihr? Warum sagt ihr so ruhig? Nun, dieser Knochen ist gebrochen. Der Gleichname ist tot. Wir müssen ihn obduzieren und herausfinden, an was er gestorben ist, nicht wahr? Das geht über eine visuelle Obduktion hinaus. Stimmt ihr mir zu? Ja. Nun, vielleicht wollt ihr mir eure Erkenntnisse Konton? Dabei brauche ich mehr Zeit, aber nun, sicherlich ein Kampf. Dies hier müssten Speere sein. Das ist Gift. Ich weiß nicht genau, ob er im Gift gestorben ist, aber es klebt auf alle Fälle in den Wundrändern. Was das für ein Gift ist, weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich an einem Fischgift oder so etwas. Und hier sind kleine Splitter. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ein Teil eines Speeres ist. Das ist... Wachstwunde. Eine sägezahnförmige Wunde. Was sagt euch das? Nun, seid ihr der Anatom oder ich? Ich frage nach eurer Meinung. Vielleicht könnt ihr mich erhellen. Einfach Neues. Eine Eicharsche Klinge oder Klingenwaffe beziehungsweise Speeransatz. Eicharsch. Wunderbar. Ja. Und das könnte... Ist das Onyx? Vulkanglas? Ja. Dieses Grüne hier. Grün-Schwarz. Sehr schön. Ihr seid sehr aufmerksam. Geht hier? Darum geht es bei der Absunktion. Kapitän, sprecht mit mir nicht wie mit einem kleinen Kind. Ich bin 70 Jahre. Nun, offensichtlich kann man immer etwas, was zuletzt. Kapitän. Ja. Also, dies hier so zerteilt. Ihr könnt ihr noch die Wirbelsäule erkennen oder das, was in den Fischschwanz dann übergeht. Das war eine Homeria-Schere. Nun, es sind viele Wunden, viele Todesursachen. Ich meine, wenn wir jetzt noch zehn weitere Leichen aus dem Wasser ziehen, dann werden wir sicherlich noch elf oder zwölf Todesursachen finden bei zehn Leichen. Nur, es gilt den Grund heraus, das finde ich klar. Die Gemeinsamkeiten. Nicht die Unterschiede? Tja, da wir uns in der blutigen See bewegen oder an einem Hafen angelegt sind, würde ich einfach mal sagen, dass es der Angriff eines entweder Piratenschiffes ist mit maritimer Besatzung oder aber einer Arche. Nun, an einer Arche? Dann müsste an diesen Opfern etwas Dämonstert zu finden, nicht wahr? Nun, das müsste dann eine genaue Analyse zeigen. Dafür brauche ich Zeit. Kapitän, bitte lasst mich in... Ihr habt mich angestellt, um anatomisch meine Fähigkeiten in den Pool zu werfen, aber... Na gut, dann wollen wir euch allein lassen, wenn wir euch so stören. Auf ihn, wir sind hier unerwünscht. Ja, dann schon so halb aus kann er sich anders auf einer Tür. Schwierig. Nun ja, dies sein. Und blättert dann wieder in, keine Ahnung, vermutlich einem deiner Tagebücher oder so. Und wo habt ihr das her? Er hat vorne um mitgenommen. Er hat doch gesagt, mir, ich nenne die Tagebücher mit. Er sagt, er kann da irgendwas raus lesen. Ja, bitte. Nun, ihr habt doch schon alles da, nehmt. Ich hab's euch auf den Tisch gelegt. Er legt es auf den Tisch und fässt es erstmal nicht weiter an. Äh, wo sind denn jetzt eigentlich meine? Ich wusste nicht, dass du welche schreibst. Ich dachte mir, du könntest nachher vorbeikommen und ihm deine Version der Geschichte erzählen. Zwerge und ihr gutes Gedächtnis. Nein, nein, ja, ja, selbstverständlich. Nein, ich meinte meine alten Tagebücher. Äh, die müssen hier irgendwo liegen. Ich werde sie suchen und euch, äh, bringen. Ja, ja, gut, alles klar. Ihr seht ja die Papierstabe, verzeiht, ich bin etwas, äh, etwas chaotisch, etwas unordentlich. Ich hab mich gehen lassen. Ja, das ist nicht schlimm. Ähm, bringen sie mir einfach in den nächsten Tagen irgendwann in die Kajüte. Äh, ja, natürlich. Und dieses Buch hätte ich auch gern wieder. Ich bringe es euch nachher. Nun. Ihr habt euren Auftrag noch nicht ausgeführt, das Boot? Wie gesagt, gehen Mitternacht ab in mir. Ja, genau. Habt ihr euch mal angestellt? Ja, ich vermute schon. Nein, ich suche mir gleich einen draus. Ich lasse mir gleich von Hasswolf an empfehlen. Habt keine keine Zeit, der ist auch. Und er selbst ein. Sicher doch. Ähm, Isaman oder so. Einfach den Piraten halt. Ja, knappt leicht entnervt. Mit mir daran hat das Buch zu, legt es auf kann erzieht an das Schreibtisch und macht sich da auf den Weg zur Mannschaft. Schau dir hier ein Wunder an. Ja, ich würde dann mal zu Hasswolf gehen. Äh, Hasswolf. Ja, was? Abenteuer. Abenteuer. Äh, was ja dann vorhat. Wir wollen heute noch eine nächtliche Überfahrt in den Hafen machen mit einem kleinen Boot, so wie ich das verstanden habe. Nur, dass du informiert bist und uns nicht aus dem Wasser pustest, wenn wir zurückkommen. Sieht aus wie ein Geschützmeister. Nein, aber ich dachte, du solltest das wissen. Äh, sollte die Wache wissen. Äh, soll ich das jetzt sagen? Ich dachte, äh, ja, dann ist der Heinz Ohr. Ja, ich... Ja, dann kümmert sich um die Soldaten. Richtig. Richtig. Ich wollte dich trotzdem nur informieren. Äh, Abenteuer. Noch was? Abenteuer. Nö, das war's. Ähm. Hörts, was wir mit ihr? Ja, mit ihr auch. Sind Abenteuer und äh, Raffin immer noch bei, bei den Leichen oder? Nö, da wieder da nichts zu tun hat, würde ich mir meine Güte gehen. Hauptsache, aber jetzt ein Sammel, du kannst weiter untersuchen. Das sind genug da, aber du sollst, du sollst, äh, nicht ja nicht nerven. Ähm, ja, okay, ne, ich würde dann mal zur Kabine gehen, äh, sind die Kugeln inzwischen fertiggestellt? Ja. Ja. Ja, also sowohl das von Kanitzeltianer, das ging sowieso, und auch, äh, Groschminiard, das geliefert. Ja, dann würde ich mal die Kabinentür verschließen, abregeln, äh, also wahrscheinlich mit ganz Schlüssen verschließen, äh, und dann diese, äh, Stahlkugeln, äh, ganz vorsichtig mit Öl einreiben, äh, und Wachs, äh, äh, Ruhe treffen, was, was geschmacklos ist, also ganz normales, reines Wachs, und, äh, daraus so kleine Halbschalten, also jeweils diese Kugel zur Hälfte, zusammen mit Wachsbedeckten und daraus so kleine Halbkugeln formen. Diese Halbkugeln dann, äh, unter einem Mikroskop, also oder einem, äh, äh, eine, 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 eine Größe. Vergrößerungso-Kular. Äh, zu Vollkugeln zusammensitzen, indem ich, äh, die, äh, die Ränder mit ebenfalls mit Wachs verziele, was so eine, eine Hohlkugel bildet. Okay, äh, beschreib uns kurz, was du damit erreichen möchtest, wenn das Ganze funktioniert. Also ich wollte diese, äh, die Vollkugeln, die soll dieser Hohlkugelform, äh, äh, verschließen, dann mit einem kleinen, äh, dünnen Draht, ein kleines Loch entbohren, äh, dieses Phosphorus, was ich von dem, äh, von dem Alchemisten bekommen habe, äh, mit, äh, Speiseöl mischen, damit sich nichts von selber entzündet bei der Wärme. Äh, dieses mit einer kleinen Pipette in diese Hohlkugeln hineinfüllen und, äh, dieses Loch wieder mit vorsichtig mit Wachs verschließen, sodass sie etwa ein halbes Dutzend oder Dutzend von diesen, äh, Kugeln mit Phosphorus gefüllt habe. Also du möchtest eine, äh, ähm, ein Gift bauen mit späterem Zeitversatz. Genau, genau. Dann sagt das doch. Dann gib mir mal eine Probe auf, oh, ich weiß nicht, ist das eine Mechanik? Töpfern. Töpfern? Töpfern? Ne, Töpfern ist nicht, äh, Gewandtheit oder Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit, ja, es ist Fingerfertigkeit, genau. Das ist eine einfache Attributsprobe Fingerfertigkeit. Das ist halt keine Alchemie, es ist, äh, ja. Ja. Äh, dauert halt, du saust dir deine Hände mit Wachs ein, aber das soll gelingen. Da muss ich wahrscheinlich eine ganze Menge beschäftigt sein. Ja, das ist sehr von der Arbeit. Ähm, möchtest du damit noch was machen? Ich habe überlegt, noch mit Aviander zu reden, ähm, aber da das mit dem Kurs noch so unklar ist, eher nicht. Mhm. Raffin? Nein. Okay, Bolltags. Ja, ich sitze, äh, selbstverständlich in meiner Kabine bisher lange mich abholt und, ähm, würde noch in den Büchern weiterlesen. Ja, was auf alle Fälle gehe zu tun? Die ganzen Bücher aus Elberum. Möchte Diamantis irgendwas machen? Äh, ja, Diamantis hat überlegt, ob er jemanden am Schiff seine Abalone abgeben kann, äh, damit, äh, die dann über den Übergabeort sichern oder das Treffen, aber, äh, er kann dir kein denken, den er am meisten, äh, äh, denen er wirklich vertraut. Ja, äh, die Rejägerin hat er dann gedacht, aber die kennt er leider noch nicht so gut. Ja, das ist die einzige, die, die euch auf dem, äh, Jankana-Landweg begleitet hat. Ne, die Abalone würde nicht mal, äh, Bolltags in die Hand bekommen, oder aber mir. Ah, vielleicht gerade mal Raffin, ja. Außerdem wollen wir vermutlich keine Schießerei im Hafen anfangen. Gut. Ja, da zwischen zwei, einen, einen der empfohlenen, äh, ich sehe immer nachher beigeholt. Isaman, ja. Ja. Oder Isaban, du weißt es nicht, die Piraten klingen alle gleich. Und, ja, wenn die anderen dann auftauchen oder wenn er sie abholt, zeigt er ihm vermutlich gerade, wie er sich die Eulentränen am besten reinsetzt. Endlich so schwer. Ja, das ist ein bisschen ungerund. Sind das Eulentränen? Ah, ja, ja. Ja, da auch. Ich habe, kann er sich ja auch noch welche vorbereiten lassen. Sie funktionieren erstaunlich besser als die letzten, die wir hatten. Ja, die kenne ich schon, hä. Damit lässt sich in tiefster Nacht hier das Ziel treffen. Zumindest klar sehen. Ja, ja. Habe ich alles schon mal gemacht, hä 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 hä. Warum? Ich sehe, ihr habt da eine Erfahrung. Problematisch, in tiefster Nacht das Ziel zu sehen. Für dich nicht, Bottax. Für dich nicht. Hm, lass uns erst einmal sehen. Mach doch vielleicht schon mal die Schaluppe bereit, ja? Ey, Diamante, es kriegt meine Waffen wieder. Gib mal meine Dolche wieder an die Säbe. Du wirst eine Dolche heute nicht brauchen. Du wirst nur zum Rudern hier. Ey, aber was ist mit den anderen? Haben die Waffen? Natürlich haben die anderen Waffen, das sind Offiziere. Ey, komm eins auch. Gib mal Waffen. Ihr werdet keine brauchen. Ey, wenn ich da draußen sterbe, ne? Wohren Sie da alles. Wenn wir, wenn wir wirklich in ein Gefecht kommen, werde ich euch höchstpersönlich eine geben. Wohren Sie da alles. Wohren Sie da alles. Das wollen wir. Oh Gott. Mach das Brot klar. Alles klar. Leise, ne? Genau. Jetzt stelle ich mich an den Bug und beobachte mal den Hafen. Schaue, was da so rumkriegt, was man sieht, dass er so rumkriegt. Wenn das 18.4 Stern sind, sinkt die Erschwernis durch die Dunkelheit um neun Punkte. Wie viel auch immer wir gerade draußen haben. Also der Hafen ist heller leuchtet. Und ja, das gestaltet sich einfach jetzt anders. Du hast tote Marder, das ist richtig. Aber zum Glück sind die Wachen, die ihr eben am Kai hattet, und zwar die ganze Zeit, sind allesamt in Aufruhr. Du siehst, wie der Effa-Tempel beklebt ist. Irgendwelche Lotsen, die am Vortag noch Leute an den Feuerschlickfeldern vorbeigeführt hatten. Allesamt sind sie jetzt auf den Beinen. Auch die Golgari-Augen-Schützenkompanie. Allesamt ziehen sie jetzt nach und nach Leichen aus dem Wasser. Die Söldnerin vor allem wohl, um in den nicht vorhandenen Taschen nach irgendwas zu suchen, was sie benutzen können. So Perlen oder so. Oder Waffen. Aber ansonsten ist es viel Toho-Wa-Bohu, was vielleicht gut sein kann. Also es ist einfach anders als geplant. Wolltest komplett in Stille loslegen, jetzt kannst du das Chaos nutzen. Mhm. Zunächst einmal beobachte ich... Na, das mache ich hinterher im Moment. Auf dem Wasser selbst, sind auch irgendwie Boote, die erleuchtet sind? Oder ist da selbst finster nur der Hafen? Nee, 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 genau. Also wie gesagt, wenn du raus vom Hafen kommst, dann wird da der orange leuchtende Feuerschlick sein und drumherum dann auch postiert Ruderboote, die dann so ein bisschen als nicht Leuchtturm dienen, aber eben das Ganze dann erleuchten und so eine Kette bilden, damit du da nicht reinfährst. Auch zu später Nacht und... Also auch hinter dem Hafen ist es dann alles sehr hell und auch da ist viel los. Also auch so zwei, drei, vier Meter vom Kai an sich entfernt? Ja, wahrscheinlich so die nächsten 500 Meter. Okay. Dann können wir den Plan im Grunde knicken. Im Prinzip kannst du, so wie es aussieht, einfach über die Stege jetzt marschieren. Richtig, das wäre einfach das Nächste. Dann werde ich eigentlich eine Weile hier rumlungen und erstmal die Stelle beobachten, die ich markiert habe, wer sich da herumtreibt, ob da irgendjemand diese Stelle beobachtet oder sich halt. Weil die gehen vermutlich alle hin und her, die fischen was aus dem Wasser, dann gehen sie zum nächsten Viehwatter, dann tragen sie das irgendwo hin. Die meisten Leute werden nicht genau an der selben Stelle bleiben oder nicht öfter an die selben Stelle zurückkehren. Wir dürfen mal Gassenwissen. Gassenwissen, okay. Talentspezialisierung? Nein, aber ich habe es gesteigert, lass mich das nur kurz eintragen. 11, nicht 121, ups. Dies ist... Komm, schicken wir die 20. Ich wollte nur sagen, was ist denn Schicksalspunkt? Ah, das sind 8 immer. Bei mir lag eine 20. Ja, ich habe auch die 20 gesehen. Die Stelle mit dem Silber ist in deinen Augen zu leer. Also, als ob alle Leute, die am Hafen sind und die die Hafenarbeiter sind, halten sich in einem bedrohlichen Radius von dieser Silbermünze fern. Also, sie ist weg, sie ist verschwunden. Aber die Stelle, die du markiert hast, wird gemieden, tunlichst vermieden. Okay. Nur nochmal zur Situation im Hafen. Im Allgemeinen werden die Ritter jetzt aus dem Wasser geholt. Genau. Von allen zu verschiedenen Zwecken. Ja, genau. Verschiedene Zwecke. Die Effertkirche ist unglaublich besorgt. Du kannst da Akkoluten erkennen, die da rumlaufen. Auch die Hochgeweihte mit ihrem Ornat. Wie gesagt, die Söldner haben ganz andere Interessen. Die Stadtwachen haben wohl ähnliche Interessen. Also, so eine Mischung aus Söldner und Effertkirche. Also, ja, alle verschiedenen Interessen. Dann hat er folgendes. Wir sind ja schließlich gute, götterfürchtige Bürger. Ganz fürchte ich. Wir lassen das Boot zu Wasser und sammeln die auf, die etwas weiter draußen rumtreiben. Und wenn wir das Brot voll haben, so mit 4, 5, 6 Stück, dann legen wir da drüben am Hafen an. Sagen wir, da ist gerade viel Platz. Und entladen die in aller Seelenruhe. Wenn jemand fragt, was wir machen, sagen wir, wir helfen. Ja. Verkünde ich den anderen so. Ja, manches Würfel. Würfel mal Glück. Glück. Also, mein Würfel. Genau, dein Würfel. Kannst du mal das Glück einmal würfeln? Aha. Hast du ja heute noch dein W3 offen? Zweimal gewürfelt, aber zweimal das selber gegen sie. Neben den oberen, wie immer, für einen Glückspunkt würde ich tatsächlich auch die Wachen gar nicht ankommen lassen. Ja, nimm. Gut. Dann, du kannst du sehen, also die Hauptfrau ist wohl nicht darunter, aber zahlreiche andere, die dich dann kurz realisiert haben, aber sie haben dich vielleicht nicht erkannt. Also, dass du halt irgendeiner von diesen Lotsen bist. Ja. Es ist ja trotz Beleuchtung immer noch. Immer noch Nacht. Ja, möchtest du zu der Stelle gehen, die immer gibt es, oder wie willst du es machen? Genau, das ist dann der Plan. Wie gesagt, wir haben ein paar Fahrräsonen, die herumtreiben. Also, die halt weiter draußen sind, die man vom Ufer sowieso nicht kommt. Und dann legen wir da an. Wolltags war auch mit dabei. Wolltags wird zumindest eingeladen. Dann hab ich jetzt Beutags den Piraten Diamantis, dann seid ihr zu viert. Richtig. Genau. Wobei ich mich ein bisschen zurückhalten würde. Ich würde bei uns auf dem Boot bleiben. Ich vermute gerade die Rissot abladen. Und das Ganze so von dem aus im Auge behalten. Also, ich würde jetzt nicht direkt in den Jalan stehen. Ich glaube, das wird Diamants auch nicht machen. Ich denke, Jalan wird zusammen mit dir im Boot sitzen, so an einem Ruder, damit man nicht merkt, dass er einheimlich ist. So, okay. Und die beiden anderen dürfen dann die Rissot aus dem Boot ziehen. Ja, gut. Okay. Wenn dann niemand auftaucht, ja, werde ich mich mal an Land begeben müssen. Ja, wie gesagt, du findest die Stelle relativ schnell wieder. So ein Teehändler, der selber zwar keinen Tee ausschränkt, aber die Blätter dann verkauft. Der Stadt ist zugeklappt. Du hast da deine Münze fallen gelassen. Sie ist auch markiert und du kannst einige Zinken erkennen. Aber keiner, der da ist. Frische Zinken oder meine Gestern schon da? Frisch. Was sagen die mir? Warte, ist das eine Sprache? Ist das eine Schrift? Das ist Füchsisch. Das kann ich nicht. Das sind Zinken. Ich weiß auch, was Zinken sind. Du weißt, was Zinken sind, wenn du Füchsisch aktiviert hast. Genau. Wir hatten das in Garret mal. Ja, wenn du das aktiviert hast, ist okay. Habe ich es nicht. Kann jemand anderes zinken? Füchsisch. 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 Und zwar ihr alle? Es bleibt an dem Board. Diamantisches Bayern? Äh, ich bin mitgekommen. Ich bin gerade dabei, die Ressource rauszutragen aus dem Boot. Wenn niemand da war, also niemand direkt auf uns zugekommen ist, werde ich ausgestiegen sein. Ne. Also sind gerade, also sind gerade Diamantos und ich an Land. Ja, der Pirat ist nicht bei euch, weil er keine Waffe hat. Der gibt gerade vom Boot aus die Ressorten. Ja, genau. So machen wir das. Ich habe noch keine Waffe. Dann könnt ihr mal schauen, ob ihr, was ist denn das? Wenn ihr überfallen werdet mit dem Hinterhalt, das ist eine Intuitionsprobe, ne? Ja. Erleichtert um 4 für Aufmerksamkeit und nochmal 4 für Kampfreflexe oder Kampfgespür. Ich weiß es nicht. Genau. Vorher sollten wir eigentlich gar keine Init würfeln dürfen, sonst sind wir auf unsere Stimmen. Sonst erleben wir einfach in der ersten Runde. Ja, das ist sowieso der Fall. Ähm. Das ist die Orientative verliert. Nein, nicht mehr, wenn wir die Probe schaffen. Weil ich weiß. Ja. Würfel wäre erstmal Intuition, ne? Ja, geschah. Gut. Dann werde ich tatsächlich... Ich weiß, hier gibt es die Möglichkeit, das zu erschweren, aber ich weiß nicht. Ja, ne, dann ist okay, dann muss ich vorziehen. Ähm. Sonst hättet ihr halt, wenn ihr das nicht geschafft hättet, hättet ihr eine komplette Kampfrunde verloren. Ähm. Weil ihr mit der Initiative einfach unter ihnen seid und dementsprechend einfach eure Aktion verfallen. Sturmangriff. Jetzt kommen die nach... Ich hab's letzte Woche gesagt. Ihre Initiative ist voll orientiert bei 48. Ach was? Ach was? Achseleriert? Achseleriert und 2 bis 6. Okay. Gib mir. Ich kann nichts tun. Ja, genau. Also ich kann versuchen, nichts zu operieren. Wie gesagt, sie haben vorgezogen und du hast keine Waffen dabei. Ich habe keine Waffe. Ich hab... Ihr könnt vielleicht noch schnell ziehen oder sowas, aber an sich... Sturmangriff. Ich muss kurz nachsehen, ob ich schnell ziehen darf. Ich hab das Flammenschwert eingetragen, es ist noch kein Flammenschaden. Also ich... Weil das würdet ihr sehen, das machen die nicht. Ich würfel einfach mal den Angriff und würde dann einfach mal... Ja. Schnell ziehen. Langdeutsch, wenn ich damit parieren darf, ist besser als so. Wäre aus alle Fälle... Posti, wie weit sind die von mir entfernt? Also ich bin hier im Boot. Ich glaube, wenn ihr hinten in der Schalope sitzt, sagen wir die ist 4, 5 Meter lang. Dann würde ich sagen 16, 16, 17, 20, 20 Schritte. 20 Schritte. Also noch nicht, aber wenn sie jetzt gleich sturmern dürfen in das Gesicht von Diamantez und von... Ja dann. Ja dann. Von Diamantez. Explizit Diamantez. Okay. Nicht auf Jahre. Oh, Diamante ist Vettelsauberer. Oh Gott, die wissen es. Die wissen es. Okay. Wie viel da ziehen? Wie gesagt, Flammenschwert... Ich ziehe mal die plus 6 ab. Also sind es nur 1, wie 6 plus 4. Ich nehme mal diesen hier. Ist das nur ein Sturmangriff? Nee, sind zwei Stück. Zwei Stück, die beide auf dich kommen. Und die sind... Eine normale Parade, eine plus 4. Ich pariere auf die 19, da ich die 20 nicht habe durch meine Inni. Ich bin nur auf 19. Nee, du kannst nicht umwandeln, weil sie initiative-technisch vorziehen und du... Parade umwandeln geht aber auf Parade-Inni. Und Parade-Inni ist jemand in derselben Inni-Phase, in der du angegriffen wirst. Ich kann nicht vor denen angreifen. Nee, es ist eine Attacke, die du rumwandelst. Und... Ja, aber du kannst... Wait. Ich bin tatsächlich nicht sicher. Mach... Okay, dann... Ja, gut. Einen habe ich auf jeden Fall pariert, dann kann ich den zweiten nicht parieren. Gut, dann nehme ich einfach mal die 1. Ist halt nicht gut gewürfelt. Plus 4, weil es, wie gesagt, noch kein Flammenschwert ist. Habe ich jetzt einfach mal Langschwertschaden genommen. Ähm... Und... Da kommt die Geschwindigkeit drauf. Das Problem ist... Die halbe. Acceleriert. Genau. Accelerierte Geschwindigkeit. Ihre Geschwindigkeit normalerweise ist bei 9. Wie steigt es beim Accelerator? Um 2? Verdoppelt. Also... Plus 9 kommen da rauf. Plus 4, das heißt plus 13. 18 halbe sind 9. Wieviel sind das jetzt? 9 plus... 13. Achso, nee, ja. Es sind 18 Schaden insgesamt, die er macht. Ja. Schauen wir mal. Vielleicht trifft er auch noch deinen Kopf. Ne, nur ein Schildarm. 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 Warst du noch Rüstung? Ich habe Rüstung, ja. Aber Schildarm nicht so gut. Ja, linker Arm 2. Das heißt, da kommt 16 Schaden noch durch. Er könnte den frei ausweichen, oder? Ne, er hat schon pariert. Frei ausweichen, könnte ich das... Welche Distanzgleise greifen mich an? Ähm, auf N. Auf N. Das heißt, frei ausweichen, der Schildarm 2? Jo, mach ich. Wird schlechter als 16 Schaden. Kannst du nicht mehr ausweichen, oder? Genau, ich habe ausweichen 1, also kann man das mal probieren. Ausweichen 1. Oh, die Würfelgötter sind mit mir. Möchte ich das oder Schicksalspunkten? Du hast ja noch ein Glück. Ich will das glücken. Ich will das glücken. Ein Glücksmal. Warum schlag ich so was vor? Weiß ich nicht. Ich verliere 4 Punkte in I. Ja. Ich bin nicht auf der 15. Und darf ohne Aktionenpositionen nicht ergehen. Okay. Nicht angreifen. Wir sind beide durch. Dann habe ich wohl gezogen, sei dran. Ähm, ich lasse als Frau Aktion den Riss auffallen. Am Ziel meiner Waffe. Hm, hast du schnell ziehen? Nein, deswegen kostet mich die seine Aktion. Okay. Wer macht das? Ich orientiere mich an einer Aktion. Okay, dann steckt deine Initiative wieder auf das ursprüngliche, also G6? Äh, genau. Also... Äh, ich habe jetzt auch mein Deutsch in der Hand. Das heißt, ich habe eine Initiative von 18 plus 6, 24. Ja, meiner Stadt auch um 3 auf die dann, ähm... Ja, sie haben 48, also... Ja, das ist... Ich würde mich trotzdem auch orientieren, dass ich auch sehe, wie viele Feinde sind. Und dann würde ich aus dem Boot klettern und nur ein, zwei Schritte laufen. Ein, zwei Schritte? Jo, machen wir. Er muss ja auch mal aus dem Boot klettern. Ja, genau. Ja, was sehr... Dann ist die Aktion, also zwei Schritte laufen halt. Bei den freien Aktionen und auch wenn sie in die andere Aktion. Dann bin ich bei, ähm, 17 Grad. Okay. Ähm, ja, Matthias hatte noch, glaube ich, eine Aktion, ne? Äh, nein, ich habe einmal pariert und, äh... Okay, dann nächste Kampfrunde. Was möchtet ihr gerne tun, eventuell sich vor? Ähm, ich möchte mit einer Aktion parieren. Und mit der zweiten werde ich sprechen. Irgendwie rufen, hey, was soll da hast du da? Irgendwas in der Kante. Irgendwas, was schnell geht halt. Äh, es ist keine... Es ist ja eine freie Aktion. Du kennst auf alle Fälle, ähm, weil du dich jetzt auch orientierst und barriest, äh... Schließlich orientierst du mich erst mal. Ja, ja, es ist, es sind mal, was kann dabei ist. Mhm. Die, die du ansprechen wolltest, aber offensichtlich keine Kinder mehr, sondern, ja, ausgewachsen. Ich rufe mit meinen zwei Fragen dazu, rufe ich, hey, Freunde, Freunde! Denn, das ist das Nachtwende, sind es ja dann natürlich nicht bewusst. Ja, äh, sowas wie Bruderschwester wäre natürlich mit einer Mariscan-Kunde angebracht, aber beutags, was tust du? Ja, äh, ich rufe die Wache. Wir wuseln ja genug Wache. Ja, das ist richtig, okay, alles klar, die, die stehen sicherlich irgendwo entfernt und, äh, müssen dann rankommen. Wahrscheinlich, äh, 40 Meter, die sie jetzt, äh, laufen müssen, wenn sie, wenn sie euch hören, aber es ist alles laut. Was möchte gerne Diamantes tun? Äh, ich pariere einmal und, äh, positioniere mich, damit ich mal was anderes kann als, äh, freies ausweichen. Ja, noch was? Äh, das ist das einzige, was ich machen kann. So, wie, ich immer lip. So, wie, ich losseile, ich kann. Oststärkung, weil ich auch ein campus zumalte, wurde mir sicher. So, wie, ich bin, ich bin, ich bin, ich möchte, um mich, teuer, da würde ich nicht,